Bruder, wir beachten Ex-Muslime und sowas nicht. Wir haben da schon tausendmal drauf, wer diesen Leuten zuhört. Bruder, ihr dürft diesen Leuten keine Aufmerksamkeit geben. Diese Leute, diese Leute haben nur Klicks bekommen und Reichweite bekommen, weil wir sie die ganze Zeit am Beachten sind. Man muss sie nicht beachten. Wir haben auf alles schon geantwortet. Wenn irgendein Schubhaar kommt, schickt sie mir zu und ich mache ein kleines Video dazu, wie ich vor kurzem ein kleines Video gemacht habe über Mohammed hat von den Griechen abgeschrieben und der Einzeller widerlegt den Islam. Es ist easy work, Leute. Easy work. Es ist einfach. Schaut euch den Schrott nicht an. Schaut euch Sachen an, die euer Herz froh machen. Oder habt ihr selber Zweifel in der Religion, dass ihr euch den Schrott angucken müsst. Schaut euch meinen Vortrag an, angebliche Widersprüche im Koran. Schaut euch meinen Vortrag an, der hundertprozentige Beweis, die Leute labern nur Stuszt, wenn der Tag lang ist. So, das sind meine Worte. Ich wünsche euch was, liebe Geschwister. Möge alle euch segnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.